Der Sturmwind am Anfang, das schalte ich mal kurz stumm. Weil der war so laut. Na, wobei, ach komm. Mal noch mal Vollbild. Der Spiel hat leider keinen eigenen Lautstärkeregler. Soweit ich weiß. Ne. Ja, es ist gut. Ich werde hier. Wir machen nächstes Jahr gescheitens Oktober. Bin ich dabei. Und dann werde ich aber, denke ich mal, die werde ich in die Szenensammlung einrichten, wo auch das Dixbar an ist. Dann könnt ihr da auch schön gut reinhauen, wenn ihr wollt. Oh, den Anfang kennen wir ja schon. Wir wachen mitten im Wald auf, wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Haben meine Beule am Kopf. Wir sehen ein Haus auf einer Lichtung und denken uns, es ist besser als nix. Dann gehen wir mal rein da. Und dann gehen wir mal rein da. Die Dark-Picture-Anthologie. Dark-Picture, Dark-Picture. War da nicht was mit Man of Medan? Gehörte das nicht da dazu? Kann das sein? Oder verwechsel ich gerade wieder was? Ja, da siehst du noch, Man of Medan. Love und House of Ashes sagen mir jetzt nix, aber Man of Medan kenne ich. Das ist auch ein ziemlich gutes, atmosphärisches Spiel, ja. Nach den anderen beiden müsste ich mal gucken, aber Man of Medan ist schon gut. Kann sein, dass die eine Menge gute Sachen gemacht haben. Man of Medan ist so ein bisschen ähnlich wie Until Dawn, gell? Aber Until Dawn war nicht Dark-Pictures, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Man of Medan ist cool. Aber, ja, da habe ich es doch richtig, ne? War nicht von Dark-Picture, aber ist so ähnlich aufgebaut. Vielleicht hat sich auch Man of Medan von Until Dawn inspiriert, weil Until Dawn kam ja zuerst. Jo, ich meinte eigentlich, mich ziemlich so zu erinnern, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge man die Symbole aufgesucht hat. Aber, ja. Ich kann ja mal, wie es letztes Mal vorgeschlagen war, zuerst auf den Dachboden gehen. Ich bin mir sicher, dass ich eigentlich immer zuerst den in der Küche gefunden habe. Nein, eine Läuche. Hallo. So. Symbol gefunden. Hallo. Da. Da ist der Zettel mit dem Code. Ändert sich nicht. 3, 4, 8, 9. Okay. Für alle, die neu jetzt sind bei Ex Mortis. Wir sind hier einfach, ne, ohne Erinnerung in einem Haus auf... in einem Wald aufgewacht und in ein Haus gegangen, das wir gefunden haben und gucken hier jetzt einfach ein bisschen rum. Und, äh, ja, finden einfach hier lauter Leichenteile. Ähm. Zu denen wir ganz nett Hallo sagen. Genau, Gladi. Einfach erst mal schön grüßen. Äh, den, ähm, Witz über die Damenblutung, den habe ich schon gebracht. Den werde ich jetzt mal erst... weglassen. Da ist der Schlüssel. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall sieht alles verlassen und ziemlich blutig aus. Wir finden hier auch ein Tagebuch von jemandem, der... Was war der Journalist, gell? Der irgendwie hier geforscht hat. Ähm. Warum viele der Bewohner aus dem Haus einfach irgendwie mal verschwunden sind. Und erfährt irgendwas über dunkle Rituale von einem alten Gott, der hier im Ex Mortis beschrieben ist. Der hat sich scheinbar irgendwie vor vielen Jahren mal einen der Eigentümer des Hauses zum Sklaven gemacht. Und ihn dazu gebracht, äh, seine Tochter in den Wahnsinn zu treiben. Der will wieder auferstehen, dieser dunkle Gott, und braucht dafür das Blut von fünf Opfern. Die wir hier... Zusammen, äh, ja, die wir hier einfach finden. Der Torso und das Herz, das waren schon mal zwei verschiedene Leute. Der Torso und das Herz, das waren schon mal zwei Jahre alt. Das war das Schlafzimmer von der Tochter, wenn ich mich richtig erinnere. Äh. Sorry, ich hab gerade auf eine PN geantwortet, deswegen... Aber ich einmal kurz sehr still. Gehen wir mal jetzt in den dunklen Gang. Da. Flüster, flüster. Hi. Den hatte ich, glaube ich, das letzte Mal einfach weggeklickt und deswegen hatte das Spiel gebackt. Hier geht es in den Keller, wo ich aber noch nicht runterkomme. Ich verstehe den zweiten Satz immer nicht. You're supposed to remember und was sagen die dann? Kann das einer von euch entziffern? Das ist, äh, zu verzerrt. Irgendwas to us. Show him to us? I don't know. Ich verstehe das nicht ganz, was der sagt. Visage. 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 Der sagt mir was. Kann es nur gerade nicht zuordnen, aber ich glaube, das Spiel kenne ich auch. Abonniert Griffi Blue Crow. Nein, das sagt er garantiert nicht. Das Rätsel habe ich noch von Freitag auf meinem Zettel gekritzelt. Das hat sich nicht geändert. Das behalte ich mal. Ich habe den Schlüssel für da drüben. Ich gehe aber erstmal rüber in die Küche. Und, äh, mal erst bei Achtung, Jumpscare. Boink. Das nächste Symbol. So, und den Hinweis, dass wir hier nicht alleine sind. Blutverschmiertes Messer. So. Hier liegt das Tagebuch von dem Journalisten. Nee, Quatsch. Da war kein Journalist. Der ist hier jagen gewesen. Und ist dann auf das Haus gestoßen. Und dann irgendwie in dem Haus hängen geblieben. Und zum Schluss so weit verrückt geworden, dass er diesen Dämonenlord anbietet. So rum war das. Genau. Da war aber kein Symbol. Ähm, wir haben das Herz, den Torso, den Kopf. Dann haben wir hier die Uhr. Da fehlte mir noch irgendwas. Nee, das sagt er nicht klar dir. Uh, creepy Statue. Guck nicht so blöd. Blinzel. Da haben wir Symbol Nummer 4. Was war Symbol Nummer 5? Wir brauchen 5. Wir brauchen 5. Hier ist der Arm. Hier war... Ja, genau. Das Tagebuch von Xavier Rehaim. Der ursprünglich mal das Ex-Mortis übersetzt hat und dadurch Bann verfallen ist. Mit den Büchern hat es auch noch irgendwas auf sich. Jetzt sind wir in der Bücherei gewesen. Das ist zu leise, um zu verstehen, was da geflüstert wird. Habe ich auch keinen Schritt vergessen. Komme ich jetzt in das Schlafzimmer. Jetzt kommen wir in Gwens Schlafzimmer. Die Tochter von Xavier, die damals hier vorhin immer stochen worden ist. Hi. Stand in dem Buch, wie alt sie war? Ich weiß es gerade nicht mehr. Die sah schon wirklich sehr jung aus. Ja, ich bin wach. Über 100 Jahre alt, dieser Blutfleck. Und er ist immer noch feucht. So, Jumpscare habe ich. Und dann steckten wir fest. Wo ist das 5? Es müssen doch 5 Symbole sein. Oder? 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 Ich bin mir sicher, dass ich fünf brauche. Wenn die Tür mich immer noch... Nein, wir haben es geschafft. Das hat doch alles gestürmt, siehst du? So, nochmal einen Schluck drauf. Wir haben es geschafft. Wahrscheinlich wirklich, weil ich diese eine Animation gekillt habe. Wir können uns jetzt bewaffnen. Hi. Blutverschmierte Axt. Oh, hallo. War das doch in dem... Das war doch in dem ersten Teil, wo der Typ auf mich zu rennt, oder? Okay. Okay, Vorsicht, Kraft ausdrücke. Wer ihn nicht hören möchte, sich einmal kurz die Ohren zuhalten, bitte. Komm schon. Ach, erst eins weiter. Okay. Ich weiß, dass hier einer rumläuft, der mich gleich anspringt. Wo bist du? Der kündigt sich auch noch laut vorher an. Da ist er. Boik. Ah, so. Ah, da war Nummer fünf. Wenn ich nicht einer von den fünf Campern bin, die sich mal hierher verwirrt haben. Wer bin ich dann? Oh nein, ich bin doch nicht etwa der Typ, der nach der Jagd hier hängen geblieben ist. In dem Haus, der sich um die fünf Opfer gekümmert hat. Maybe. Oh, ein Loch in der Wand. Wir sind ja mit Gedächtnisverlust im Wald aufgestanden. Da war ein Schlüssel. Versteckt. Na, komm her. Der Schlüssel muss doch für die Tür hier sein. Die sieht zwar eher aus wie zugemauert, statt wie verschlossen, weil die farblich so da reinpasst. Hi. Bist du Flav? Oh. Welcome back, child. You have served us well up until this point. Now serve us again. Become the Hand of Ex Mortis. Devour the crimson life of five. Marks of God given to thee. Miracle the self-survide. What was, what is, and what would be. Oh. Oh Gott, jetzt habe ich mir nicht gem... Ach, die Bücher waren ein Hinweis darauf, in welcher Reihenfolge das ist. Gut. Das sieht aus wie ein... Ah. Und dann... Die Bücher waren ein Hinweis darauf, aber... Das war falsch. Nein, das war richtig. Das war zufällig geraten. Ich habe nur einmal grob auf die Bücher geguckt. Ich glaube, es war richtig. Ja, okay, es war richtig. Wir haben Exportes über die Welt. Freigelassen. Anarchie. Großstädte brennen. Millionen Menschen sterben. Durch die Hand des Ex Mortis-Kults. Das ist ganz schön laut in meinem Ohr. Sorry, ich musste das ein bisschen runterschalten. Ah. Wenn es im Browser ist, dann hat es leider keinen eigenen Lautstärkeregler. Okay, jetzt habe ich ihn aber durch, den ersten. Er sieht das, kann man in einer halben Stunde durchhaben. Wenn man nicht irgendwas verbuggt. Noch mal spielen für ein Alternativ-Ende. Was könnte denn das Alternativ-Ende gewesen sein? Dass ich da einfach wieder weggehe und sage, ihr könnt mich mal? Ja, vielleicht, dass ich daneben abhaue oder so. Hihi, ich probiere es mal. Lass ich einfach verweigere, das zu Ende zu bringen. Nein. Doch, doch. Ja, würde ich gerne. Das sind die Leichen von den Campern, die ich gekillt habe. Und da werden sie verschluckt? You failed to escape to the tunnels. Äh, okay. Ähm. Die haben mich erwischt, was auch immer es war. Ah, ich muss mal bestimmt einen Weg finden. Hui. Na? Ja, ich bin wieder im Wald. Wenn was auch immer mich erwischt, bin ich tot. Jetzt versuche ich aus dem Wald zu entkommen. Aber ich wache gleich bestimmt wieder irgendwo mit Kopfschmerzen auf. Ein häufig genutzter Pfad führt zurück in die Zivilisation. Vielleicht kommst du jetzt in die Welt zurück, von der du so lange fortgehalten wurdest. Nö. Der Six Mortis hat andere Pläne mit mir. Okay. Oh, maybe they are memories. Vielleicht sind diese dunklen Träume doch Erinnerungen. Tja. Du siehst ein Haus auf einer Lichtung und... Ja, überlegst da, Unterschlupf zu finden. Okay. Das war das Alternative Ende, also. Kann ich den abspannen? Nein, kann ich nicht. Weil der ist ja trotzdem derselbe. Okay. Sorry, dass... Ja, schade, dass Brune den jetzt nicht mitbekommen hat. Das würde es fertig gespielt haben. Es ist halt über zehn Jahre her gewesen auch. Ich konnte die ganzen Rätsel nicht mehr auswendig. Deswegen habe ich auch schon lange gebraucht, selbst mit Walkthrough. Und dann halt den Bug. Und dann halt den Bug. Ah, jetzt hört die Musik auf. Okay. Okay, damit ist das aber fertig. Der zweite Teil... Der zweite Teil hört dann halt... Nee, der fängt da ein bisschen später an, nach dem, was im Ersten passiert ist. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020